Präsentiert vom Salzburger Lagerhaus Noch brauchen die Balkonblumen Schutz, denn es ist noch viel zu kalt in den Nächten. Erst nach den Eisheiligen kommen sie ins Freie. Herzlich Willkommen bei Garteln in Salzburg. Es geht um die herrlichen Balkonblumen und die kauft man jetzt besonders preisgünstig als sogenannte Halbfertigware. Die stehen beim Gärtner noch für einige Wochen und werden dann ausgepflanzt oder man hat so ein Gewächshaus und macht das selber. Und das funktioniert auf ganz einfache Art und Weise. Entweder nimmt man größere Töpfe oder man pflanzt direkt in die Kistern ein. Bei den größeren Töpfen gebe ich immer ein bisschen Hornspäne dazu und dann setze ich zum Beispiel so eine Surfinie in diesen größeren Topf ein. Da wachsen sie und werden groß und können dann ausgepflanzt werden mit einer stattlichen Größe. Beim Kistern funktioniert es ähnlich, auch Hornspäne einstreuen. Das ist der beste biologische Langzeitdünger, den es gibt. Leicht einarbeiten und dann wird gepflanzt. Hier haben wir zum Beispiel wunderschöne Pelagonien, aber die Kinder. Wenn man zum Beispiel so eine weiße Pelagonien nimmt, dann wird hier gesetzt und bis die Eisheiligen vorbei sind, sind das schon stattliche Pflanzen. Und dann können sie stolz sein auf ihrem bunten Balkon. Ich wünsche viel Spaß beim Garteln.